Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tag Nummer 12 Ich habe mir jetzt hier eine Riesenknackerle genommen Motti hat vier kleine Kinderketchup Und ganz schön heiß, auch eine Riesenknacker Die sind die Besten, ne? Und das genießen wir jetzt, Calimero ist total ungeduldig Ne? Da gehen wir gleich hin, das ist unser Ausblick Der hier vorne? Ja Ja, das ist ja eine Schusterei hier, die machen das wieder heil Da ist jemand wirklich lange Wege mitgegangen Der macht Party Und denkt sich, haha, die anderen beiden arbeiten Und ich nicht Bist du schon wieder lebensmüde? Mach's bloß nicht Du bist mir auch ein Actionheld Hei, hei, hei Und du hör auf zu ziehen, Calimero von de Bero Bist du jetzt hier? Mami, nochmal Wollen wir nochmal rein? Hey! Großgeburtstag Wahnsinn, ne? Ja, das ist Happy Birthday Ganz genau, mein Typ Toll, Motti Oh, sind das schöne Sachen Wollen wir mal reingehen? Stöbern? Wollen wir mal stöbern gehen? Ne Das habe ich mir gedacht Wo willst du hin, Motti? Zum Kakao Zum heißen Kakao? Ja Hast du eine neue, coole Mütze? Ja Da steht sie neben dem Weihnachtsmann Na, was hast du gefunden? Das muss da raus Achso Sind jetzt alle komplett? Ja, die auf der Reifen sind nicht mehr da dran Die sind kaputt Warum? Das weiß ich nicht Der hatte bestimmt eine Autoreifenpanne Aber hier sind noch die Reifenpanne Aber dann können die ihn ja mitnehmen Da hattest du schon eine gute Idee Ein Abschleppdienst ist das Wir sind jetzt gerade beim Stadtbäcker Junge Und schlürfen alle mal einen Kakao Das brauchen wir jetzt auch Dann ist es richtig eisekalt heute Heiß Ja, in der Logo ist es halt Der ist auch noch heiß Pass auf Wo ist mein Strohhalm? Dein Strohhalm liegt hier auf dem Tablett Gleich mal Und Hailey ist heute ein absoluter Wildfang Im wahrsten Sinne des Wortes Ist das mein? Das ist deine, ja? Das ist aber auch die Aufregung, ne? So viele Eindrücke auf einmal Den hab ich ausgepackt Ne? Das macht unser Herzmädchen zu einem Terrorkrümel Engel, bist du heute ein Terrorkrümel? Aber ein süßer, ne? Was da drin ist? Das ist nur Deko, mein Schatz Das ist ein riesen Geschenk Ja, knall mal dagegen Ja, knall mal dagegen Boings Sagt das hervor? Nein Aber nicht wie die Hämmer so hoch Genau Kann man da hochschlettern? Ne, das auch nicht Wir befinden uns gerade auf dem Schwartauer Weihnachtsmarkt Mit der Omi, Kalle und Motte Und hatten eben das einfach ganz spontan entschieden Hier so ein bisschen bummeln und schlendern zu gehen Eine Bratwurst essen Und mutzen Mutzen Wie auch immer man das bezeichnet Und Hailey möchte auf jeden Fall Karussell fahren Und balancieren So ein Klettermechschen Passt bloß auf, Hildchen Halt dich gut fest, Carlotti Ja, ja, und zack Möchtest du da auch rein? Ne? Willst du erst mal gucken? Mutzen Mutzen, genau Kann sie aufpiksen? Genau, aufpiksen Dann kannst du abbeißen Huch Und aufpassen, dass sie nicht zu heiß sind, ne? Sind nicht zu heiß Sind nicht heiß? Na Gott sei Dank Wenn sie heiß sind Dann muss man pusten Dann kann man sie ja noch nicht essen, ne? Hast du schon probiert? Wollte ich gerade sagen Schmeckt gut? Schön, mein Engel Hallo, du Hübscher Hey, du Schlingel Die hättest du gerne, ne? Kalle Mach mal Sitz Jetzt kannst du hören, ne? Auch so ein kleiner Terrorkrümel heute, ne? Bist du auch ein Terrorkrümel? Ist alles aufregend hier? Hör ich mal das Lied Hörsbäckerei Ich höre das nicht Hörst du nicht? Knirch eine Riese Jetzt hörst du In der Weihnachtsbäckerei Ja, du Du kannst am besten singen Was machen die dabei so? Das ist hier so eine Zwergengärtnerei, mein Schatz Schau mal Der pflanzt ganz viele Blümchen Der schmiedet Eisen Und zack ist es wieder dunkel, ne Mama? Kalle, guck mal die Zwerge Was machen die hier alle? Was machen hier die Zwerge alle? Guck mal, der liegt da am Bett Und der sagt bestimmt Das ist Jule, die da am Bett liegt Nee, nee Und ich sag Ralf, hol mir mal die Zwerge Abbaione Ralf, passt richtig in den Mund auf Die möchten Glühwein trinken Ja, obwohl ein, dann doch eher zwei Oder zwei oder vier Wie lange waren wir jetzt unterwegs? Vier, fünf Stunden? Ja Kommt hin auf jeden Fall Also wir haben die Zeit richtig genossen Mami Genau, und jetzt haben wir gerade Abendbrot gegessen Mama Ja Was ist denn das schon wieder? Freche Freunde Da hast du noch eine angefangene Schatzilein Von gestern Hayley hat heute Morgen schon ihren Filzkalender geöffnet Und alle anderen Jetzt fehlt nur noch der Hier unten von Omi Und Ikea müssen wir alle noch aufmachen Oh, ein Schuh Was? Smart Clean Hau ab, Kali Das ist mein Kalender Hau ab, Hayley Das ist Omis Kalender Smart Clean Removes dust and fingerprints from your screen Um Fingertoucher von deinem Bildschirm oder Handy oder so abzuwischen So ein schrubbeli-rupp-Schwamm quasi Nee, siehst du, das ist nicht für dich Das ist rund, aber nicht für dich, kein Ball Die Nummer 12 haben wir heute Ja, blinkt hier Ihr müsst aber jetzt euch mal beeilen, Akku blinkt Ach du meine Güte, hier oben Ich kann mir rein Wow, das sieht aber gut aus Schmeckt gut? Natürlich, alles was Schokolade schmeckt gut Darf ich probieren? Ja Du bist die nicht, ne? Jetzt gibt sie mir das nicht mehr Schreib mal Oh mein Gott, das ist Toffee Jetzt will ich auch Jetzt will ich auch Oh, Halleluja Der schmeckt aber gut Oh mein Gott Mama, gehst du bitte zurückgestückt? Sonst mache ich das auch gleich mal bei dir Der schmeckt richtig lecker Wo ist ein Reifskalender? Ja Et voilà Schon sind wir im Schlafi Und was machen wir jetzt? Und welches hast du dir heute ausgesucht? Ich bin gespannt Finde die kleine Prinzessin Das ist so ein Wimmelbuch, was man wenden kann Guckt mal Auf der anderen Seite haben wir nämlich Finde das kleine Einhorn Und jetzt geht der kleine Drops ins Bett Terrorkeks warst du heute Ein Terrorkeks warst du heute Ein richtiger Terrorkeks Ja, ja Ja, ja Unschuldig, Lämpchen Jetzt lachst du wieder Mori in the hoodie Ich habe Feierabend Und was ist passiert? Natürlich bin ich mal wieder mit eingeschlafen Das ist die Vollkatastrophe Gerade jetzt zu Vlogmasite Denn ich setze mich natürlich immer direkt im Anschluss An den Läppi Und fange sofort an Das Video zu schneiden Was dann halt quasi Ja, gleich online gehen soll Und irgendwie habe ich das Gefühl Von Tag zu Tag wird es immer später Obwohl ich mir immer vorgenommen habe Jetzt mich so zu routinieren Dass es natürlich so zwischen 18, 19, 20 Uhr online geht Aber bis dato habe ich das noch überhaupt nicht geschafft Und ich entschuldige mich jetzt schon mal Ich glaube, das wird sich auch in Zukunft Der nächsten Hälfte von Vlogmas nicht ändern Ich hatte das schon mal angesprochen Weil mich da auch einige nachfragen Wie ich das Ganze dann mache Es ist ganz, ganz oft so Dass ich halt, wie gesagt Jetzt anfange Das Video erst zu schneiden Was auch heute quasi dann online kommt Von gestern Ich hoffe, ihr könnt mir folgen Aber hauptsächlich mache ich das auch gerne so Dass ich eben Wenn Ralf zu Hause ist Jetzt warte ich auf ihn Bis er von der Arbeit kommt Dann kann ich die Zeit halt super nutzen Normalerweise, wenn kein Vlogmas ist Fängt jetzt, ja, mein Haushalt an Aber ansonsten gehört jetzt quasi uns die Zeit Und danach, wenn Ralf dann ins Bett geht Für die Arbeit morgen früh Fange ich an Wenn es alles klappt Und die Müdigkeit nicht siegt Den Vlog für morgen eben zu schneiden Und deswegen bin ich in letzter Zeit Auch extremst müde Und schlafe noch schneller Like eben ein Aber das ist halt nur mal Vlogmas Es ist nur einmal im Jahr Aber es ist natürlich für mich jetzt total doof Dass ich eben jetzt gerade eingeschlafen bin Aber gut Lässt sich nicht ändern Ich muss jetzt auf jeden Fall etwas ausprobieren Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ihr das eben wahrgenommen habt In dem Adventskalender von Omi war diese Kugel hier drin Bestehend aus zwei Seiten Und das ist dafür da, um Bildschirme sauber zu machen Die Anleitung ist leider nicht dabei Aber jetzt kribbelt es mir in den Fingern Und obwohl ich eigentlich den Vlog schneiden müsste Muss ich jetzt unbedingt ausprobieren Wie das Ganze hier funktioniert Ich mache den Bildschirm mal dunkel Damit ihr das ein bisschen erkennen könnt Doch, das kommt ganz gut rüber Auf jeden Fall bei mir im Display Jetzt Schauen wir mal Okay, mit einer Hand ist es echt schwierig Hallo? Hat irgendjemand sowas schon mal online oder irgendwo im Laden gesehen? Ich würde mir auf jeden Fall sowas kaufen Ich habe das ja jetzt nur bestellt durch den Wunderkalender Weil ich das vorher noch nie gesehen hatte Und hatte mir bei der Bestellung für das Türchen von Omi noch gedacht Hm, ob das wirklich funktioniert Wenn ja, wäre das natürlich genial Der beste Beweis steht hier gerade vor mir Das ist so krass Das ist so typisch ich Jetzt will ich es natürlich wissen Und würde am liebsten alles, was hier so Bildschirme und Co. hat Erstmal sauber machen Nur mit einer Hand ist es voll schwer Und was ich mich frage Das macht ja Sinn, die Seite Das Ganze wegzumachen Aber das hier Da bin ich noch nicht schlau draus geworden Ich habe jetzt auch nicht die Beschreibung hier Die muss Omi irgendwo unten haben Ich bin echt hin und weg davon Mit sowas kriegt man mich Ja, das finde ich so geil Und müsste ich jetzt nicht schneiden Würde ich glaube ich das ganze Haus erstmal putzen Während das Video jetzt abspeichert Werde ich die Gunst der Stunde nutzen Und mich abschminken Und dann mache ich jetzt gerade das hier alle Das ist von Garnier Skin Active Mycelenwaschgel Ich weiß nicht, ob ich es gut finde Oder ob ich es schlecht finde Ich brauche es jetzt auf jeden Fall erstmal auf Ich vermute nämlich Hätten wir jetzt nicht Dezember Da gehe ich immer noch ganz ganz stark von aus Dass ich eventuell hiervon Diese ultra starken Pickel bekomme Und danach für meine Augen einmal Was ich schon immer geliebt und lieben werde Von Garnier Skin Active Mycelenreinigungswasser Allerdings habe ich mich diesmal vergriffen Normalerweise habe ich das mit dem rötlicheren Deckel Und das hier funktioniert einwandfrei Obwohl das beides die gleiche Marke Und auch aus der gleichen Serie ist Total komisch Aber wie gesagt Kann natürlich auch sein Dass ich mich was das angeht irre Aber jedes Mal Wenn ich mich dazu aufraffe Das aufzubrauchen Kriege ich irgendwie diese fetten ekligen Pickel Und dann benutze ich derzeit Für abends L'Oreal Hydra Active 3 Die Nachtcreme für alle Hauttypen Und als Zahnpasta Wenn wir hier gerade schon bei der Pflege sind Habe ich derzeit die hier von Signal Die hatte Stiftung Warentest Gut 1,6 abgeschnitten Aber ich habe es einfach nur so mitgenommen gehabt Das ist jetzt keine bestimmte Die wir dauerhaft benutzen Bis zum nächsten Mal Und zu guter Letzt gibt es noch ein Schlückchen. Die Kugeln machen es so. Mir fehlt noch ein Schritt und dann bin ich komplett fertig und es war mein Wimpern-Geheimnis. Das M2 Beauty, habe ich euch schon mal davon erzählt. Das trage ich mir jetzt einfach wie ein ganz normaler Lidstrick auf und dann hat man morgens nach dem Wimperntuschen einen wunderschönen Ebenenaufschlag. Das ist mein absoluter Lippenfavorit. Ich schwöre drauf, das ist jetzt von Hello Body. Ich habe schon so viele ausprobiert. Das kommt immer drauf. Das Einzige, was ich doof finde, ist, dass das Glas ist. Für unterwegs ist das nicht ganz so praktisch. Aber das Zeug ist echt... Ja, und das ist es gewesen. Jetzt kämme ich mir noch die Haare und dann sind wir ready to sleep. Theoretisch. Okay, das erste Mal nach zwölf Tagen Vlogmas habe ich es nicht geschafft, vor 0 Uhr den Vlog online zu stellen. Sondern erst jetzt 0 Uhr 23. Und dann gibt es wirklich noch solche verrückten Nudeln unter euch, die tatsächlich noch wach sind und auf das Video gewartet haben. Und für euch tut es mir wirklich am allermeisten leid. Ganz besonders heute lag es aber auch darin, dass die Motte irgendwie überhaupt nicht in den Schlaf findet. Also die schläft zu unruhig und gefühlt seit Wochen haben wir das toi 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 nicht mehr gehabt. Ich musste heute bestimmt 3, 4, 5 Mal wieder hoch. Und das ist natürlich auch Zeit, die dann verloren geht, weil ich natürlich nicht nur eine Sekunde bei ihr bleibe, sondern so lange, bis sie es wieder geschafft hat zu schlafen und dann erst schleicht die Mutti sich wieder raus. Und ich muss mich immer zusammenreißen, nicht einzuschlafen. Warum stehe ich jetzt hier im Wohnzimmer? Weil ich jetzt die Beauftragte bin, alle Lichter, die wir im Haus haben, auszumachen. Denn der Rest ist nämlich logischerweise schon im Bettchen. Ganz wichtig, Leute, nicht nur einfach ausdrehen bei Tannenbäumen. Ich kenne das so, dass man richtig die Birne auch rausnehmen muss, weil es sonst zu Funken kommen kann. So habe ich das gelernt. Dennoch hier die Kränze alle ausmachen. Theoretisch gesehen warten oben jetzt zwei wirklich, nicht übertrieben, riesen, 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 riesen Wäscheberge. Ich glaube, jede Mami da draußen kennt das. Macht ihr das auch? Bitte schreibt mir das in die Kommentare. Wenn die Kinder schlafen, gut, mal abgesehen von Vlogmas jetzt, aber immer abends wartet Wäsche auf einen. Ich habe das Gefühl, jeden Abend ist es das Gleiche. Das ist echt verrückt. Und das werde ich heute nicht mehr tun, was ich aber normalerweise eigentlich mache. Ich habe jetzt eben gerade, als ich es online gestellt habe, noch einmal eine Maschine in den Trockner gelegt und auch noch mal eine aufgehängt. Und das reicht auch für heute. In diesem Sinne, kurz Nächle. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020